So liebe Leute, ich bin hier in der Alb-Lauber-Zug und möchte euch von meinem Ferienhäuschen einfach schnell die Gegend noch zeigen. Hier oben ist der Alb-Lauber-Zug, da hinten, seht ihr wie schön. Hier hinten, ganz hinten rechts oben, kann man zum Hochwang, das ist der Hochwang. Dann kommen wir in Chambique runter. Und hier die Richtung, wo ihr jetzt jemand gesehen habt. Und hier oben ist das Eiser See. Ja, dann gehen wir nach vorne. Dann haben wir die Tür auf Stamps. Und hier oben seht ihr, dort ist das Stamps, dort kann man hinab auf die Brüme sein. Hier vorne seht ihr. Hier vorne seht ihr. Hier vorne seht ihr. Malzaina füren, Uhrenberg. Hier vorne ist die Chapina. Hier, wo wir ins Brettigauen gehen. Hier vorne geht. Hier oben gehen wir zum Kadi zusammen. Kalsschläger hinten runter, kommen wir auf Fidris. Wie gesagt, ein schöner Alb-Lauber-Zug. Hier hinten sehen wir noch die Hinteralp. Ich kenne natürlich nicht alles um das Wichtig. Aber ich sehe nur noch viel Schnee oben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Wer hat eine woe Zeit? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.